Okay, warte mal, ich kann das hier mitnehmen. Wait. So, wenn ich das jetzt mitnehmen kann, dann kann ich das doch bestimmt da hinten einlegen, damit mir das Tor aufgemacht wird. Vielleicht finde ich da noch dann, hinter dem Tor, noch ein zweites, damit ich die Akkus da wieder einlegen kann. Wer weiß, wer weiß. Und dann geht's weiter. Okay. Er scheint richtig zu sein. Aber sehr tricky. Ja, ich bin ready. Little one. Okay. War das zufällig schon mal der richtige Weg? So ganz zufällig? Okay, wir gucken uns jetzt mal hier um. Bei der Spirale. Oh, hier gibt's ein paar Wege, die wir gehen könnten. Oh no. Okay, safe. Hier können wir uns schon mal nicht weiter. Hier ist ein Pfeil. Da sind noch mehr Pfeiler. Was, irgendwie beruhigt mich das. Kein Millimeter. Was? Was? Als ob ich jetzt hier durchkriechen müsste. Gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Achso. Da kann ich... Achso, ich muss einen Stein nehmen wahrscheinlich. Und dagegen werfen. Okay. War ja dann doch... einfacher als gedacht. Okay. Können wir die Tür wieder einfach wieder zu machen? Okay. 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 Okay, wir gehen einfach mal weiter. Aber wir es können. Was ist denn mit dir? Ein falscher Taste. Ich fühle mich ein bisschen besser in hier, kleine Amalie. Wieso? Emily? Ich dachte... Ich dachte, sie heißt... Alex, darling. Er und Richard waren in Liebe. Ich wusste, wenn ich sie erst gesehen habe. Sie sitzen hinter den Trennen im Hotelgarten. Mit Richard verbringst du viel Koffe. Also, ich dachte, sie heißt Amalie. Okay, können wir uns zumindest einsperren. Ich bin gerade gar nicht. Also, wir folgen weiterhin den Pfeilen. Oder auch nicht. Weil hier kommen wir nicht weiter. Achso. Haben wir doch. Ja. Wir... Wir... Wir machen die eine Tür zu, um in die andere Tür reinzukommen. Das wird ja toll. Okay. Okay, wait, 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 wait. Ja, auf keinen Fall machen wir das hier ohne Lampe. Ja, klack, 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 Okay. Okay. Wer bist du denn? Lass mich! Schlack hier ins Gesicht! Get the fuck off me! Du! Direkt! Rinder! Hau! How can you live? Wie kann ich leben? Willst du mich verarschen? Wie kannst du nicht leben? Fuck! Hey! 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 Das ist gar nicht stressig! Mit dem Penal! Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Muss ich nicht hier hin? Also, ich, äh... Okay, 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 wait. Hier ist eine Blutspur. Gibt es keine, keine... Gibt es keine... Hinweise, die ich hier durch muss? Bin ich hier richtig? Das ist doch eine Ruhe! Ich hab keine Ahnung... Ich dachte, das wäre jetzt ein richtiger Weg gewesen. Aber eigentlich war es nicht der richtige Weg. I don't get it. Und es wird auch immer schlimmer mit unseren Händen und den ganzen Zeugs. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, ich bin wieder am Anfang. Leck mich am Arsch! Oh, hier war ich doch richtig. Ich bin verwirrter als vorher. Ich dachte, ich muss hier hin. Also, ich dachte, ich muss da hin. Aber ich muss nicht hier hin. Ich bin nicht hier hin. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier hin. Okay, wir waren doch richtig. Ich hab keine Ahnung, warum ich jetzt... Was? Ich dachte, hier wäre der Weg zurück gewesen. Okay, was ist denn mit dem Scheiß-Baby immer los, Alter? Ja, du bist sicher, so. Wir suchen immer noch diese Batterie. Ich hab keine Ahnung, wo ich die finde und ich hab auch keinen Clou, wie ich dann... Auch selbst wenn ich sie finde. Wie ich wieder zurückkomme. Aber gut. Ich hab auch so das Gefühl, dass wenn ich jetzt hier reingehe, dass ich Schaden kriege. Okay, ich krieg keinen Schaden. Das ist schon mal nice to know. Aber... Ja... Weiß ich nicht, ob ich das so will. Okay, gut. Wir suchen weiterhin nach... Nach so einem Batterie-Ding eigentlich. Und warum... Geil, wie der Stein einfach weg ist und wie er da ist. Okay, nichts drinne. Nichts interessantes. Gut. Gehen wir nochmal weiter. Äh... Wow. Okay, also... Wie gesagt, Batterie... Wir suchen immer noch diese... Diese Art-Batterie, sagen wir es mal so. Ne? Ist ja jetzt keine richtige Batterie, aber wir suchen so eine Art-Batterie. Die wir ordentlich... Demnächst... Finden werden. Okay, hier sind wir hier hinter. Hier komm ich nicht hin. Aha. Aha. Hier sieht aus wie ein Generator. Ja. Deine Zähne tun die davon weh? Also... Warum? Aber gut, dann... Gehen wir vielleicht ein bisschen... Geh doch. Also... Ich halt dich jetzt nicht unbedingt davon ab. Ich... Also... Du musst nicht... Du brauchst nicht... Hier bleiben. Also... Es... Sie haben mich... Sie haben mich... Sie haben mich gesagt... Alles... Alles... Ich... 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 Das ist natürlich auch die Frage... Wollen wir ihn überhaupt retten? Ich... 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 Too fast. Too fast. Too serious. Du bist wieder bei deinem... So, kurz. Hey, Richard, hey, hey, hey. Das ist... Das ist... Nein, hört's! Das ist... Come on! Come on! Ja, du kommst aus der Tür nicht raus. Ich hab zugemacht. So, einfach geht es. Wir befreien uns jetzt hier unseren Richard, damit er uns helfen kann. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir helfen ihm. Ich hab jetzt... Komm... Ich glaub, ich weiß auch nicht... Was ist das... Was bist du denn jetzt? War das denn jetzt dein Beginn? Was ist das denn? Was ist denn mit uns los? Okay, Richard, das war, glaub ich, die falsche Entscheidung. Mein Freund... Alter, was ist denn mit uns los? Was ist das denn mit uns? Ach, was ist es denn mit uns? Ja, das glaub ich wollen wir nicht wissen, was du jetzt mit Richard gemacht hast. Oh, warte mal. Wir haben aber dafür ein neues, ähm... Oh, Origen! Ich konnte mich nicht stoppen. Ich konnte mich nicht stoppen. Oh, Gott. Okay. Ist mir egal. So, warte, wir gucken kurz hier, wie es unserem Baby geht. Oh, Gott. Oh, Gott, little one. Also, ich weiß nicht, ich glaub nicht, dass die Maschine ihr wehtut. Also? Es gibt dir recht, irgendwas passiert mit dir. Okay, das war vielleicht not, das cleverste Idee. We get out of this. We get out of this. Hell, we'll see you. I'll see you. Du wirst nicht mehr so gut sein. Hilfe! Äh. Äh. Wie jetzt? Äh, äh, hau! Hä? Ich verstehe das nicht, was ist jetzt meine To-Do hier? Was tun wir denn zu Hause? Also, warte. Ja, die Steele ist nicht geschoben. Äh. Ach so, warte mal. Wait, 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 ich habe eine Idee. Wenn ich die Maschine, the tip, das war auch super laut. Äh, beruhig dich, beruhig dich. Und zwar versuchen wir jetzt, das da hochzumachen, damit wir das noch da drüben klemmen können. Pass auf. Genau. Dann können wir das da nämlich da drüben reinklemmen und dann dürfte zumindest ein Teil davon nicht mehr funktionieren. Also, sich nicht mehr bewegen. So die Idee. Geh, weiter. Hey, so. Wo kommst du denn her auf einmal? Lass das. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Geh. Ja, nimm den Arm mit. Ist mir egal. Okay. Leo, nein. Ja. Tassi ist weg. Tassi ist gone. Tassi sagt tschüss. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Yes. Du kannst so viel bitten, wie du willst. Es ist mir völlig latte. Und zwar. Ciao, Kakao. Verlassen sie mich nicht. Leon ist recht. Ich fühle dich ab. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Selbstversorgliche Bullshit. Wir werden ihm nicht die Satisfaction geben. Hörst du mich? Hank. Ich höre dich. Verstanden. Hank. Hank's Tank. Okay, cool. Also. Ja. Kann ich so viel Lightroom, wie du willst? Ist mir scheißegal. Ich bin jetzt weg. So. Da ist mir Puppe. Da kannst du sagen, was du willst. Wo bin ich? Ich bin mein kleiner Junge. Das ist alles klar. Er will uns nicht beurteilen. Nicht dann. Lass uns aus hier raus. Okay. Nicht über das. Nicht über das. Er ist hinter uns jetzt. Woran denn? Es ist nicht wichtig. An Leon? Also wirklich. Also. Also. An den würde ich ja am wenigsten denken. So sieht's aus. Wir müssen nur wieder nach oben kommen. Damit wir halt... ...den Kanister einfügen. Und vor allen Dingen, wir müssen ja noch aus der anderen Tür den zweiten Kanister noch rausholen. Ja, wir haben ja jetzt nur einfach einen neuen Kanister generiert. Bin ich hier richtig? Huch. Wie war war ich? Hallo? Wie war war ich hier schonmal? Weil Kerzen sind da. Äh... 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 Bin ich hier richtig? Äh... Hier bin ich, hier bin ich... Hier war ich. Ja. Ja, 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 ja. Weil die Wege sind auch manchmal... Komisch! Aber gut, wir... 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 Lass mich doch da durch. Lass mich doch da durch. Jetzt hab ich schon alles für das scheiß Portal und dann fällt mir die Decke auf den Kopf.